Ui! Ja! Ja! Das Lachkörper macht Laune, ne? Guck dich mal an, wie das hier so rumregnet. Das wird richtig scheiße sein hier. Wir sitzen hier in diesen beschissenen Regen-Ponchos hier rum. Dieser Regen muss weg. Und das dauert hier die ganze Zeit durchgehend, die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, aber was macht das hier gerade die ganze Zeit? Das ist voll scheiße. Das muss weg. Der Regen muss weg. Das ist ein richtig beschissener Scheißwetter. Das ist richtig ranzig. Das ist richtig ranzig. Mein Poncho ist total Regen-Undicht. Das geht durch. Das geht richtig durch. Das geht hier durch die Haut. Also von da oben nach das hier und das geht dann durch irgendwie. Weil das ein billig Regen-Poncho ist, genau.